Hi, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Felge Star Stable. Diesmal wieder in Silverglade. Lange ist es her, aber die Bewohner hier brauchen auch Hilfe. Und ich habe gedacht, wir schauen uns jetzt mal an, was sie für Hilfe brauchen. Weißt du was? Ich habe gedacht, dass mein Geschäft vielleicht etwas aufgepeppt werden könnte. Vor allem das Hinterzimmer. Glaubst du, dass du vielleicht ein paar schöne Frühlingsblumen pflücken könntest? Fünf würden reichen, glaube ich. Moment für Felix. Toll, toll, toll. Ich liebe es. Ich werde sie in eine Vase stecken und sie ins Hinterzimmer stellen, wo sie mich aufmuntern werden. Siehst du, was ich sehe? Dort, der Brunnen. Sie sind noch nicht hier. Ich verstehe gar nichts. Da muss etwas falsch sein. Was? Du kannst nicht sehen? Es ist doch offensichtlich. Die Desasters stapeln sich. Kannst du mir helfen? Ach so, du wohnst noch nicht lange hier. Ich verstehe. Also, die Enten fehlen. Da sind keine Enten im Brunnen. Schön, dass du mir helfen willst. Es ist für das Wohl des ganzen Dorfes. Wir müssen herausfinden, was mit den Enten passiert ist. Sie verschönen den Brunnen sonst jeden Sommer. Jeden Frühling kommen die Enten, um den Sommer im kühlen Brunnen zu verbringen. Dieses Mal sind die allerdings nicht aus ihren Winterdomizilen her zurückgekehrt und ich habe das Gefühl, dass etwas passiert ist. Will von der Mühle ist leidenschaftlicher Vogelbeobachter. Kannst du bitte zu ihm reiten und ihn fragen? Ich glaube, ich habe das sogar irgendwann... Entweder habe ich das schon mal aufgenommen und noch nicht geschnitten. Ich glaube, ich habe generell noch super viele rohe Dateien nicht geschnitten von irgendwelchen Sachen, wo ich nicht wusste, ob ich die reinstocken soll. Ich glaube, ich habe sogar noch welche mit alter Grafik. Irgendwann kommt das. Ne, Windenrand habe ich noch nicht gemacht. Hallo, hallo. Was sagst du da? Die Enten sind nicht aus ihren Winterdomizilen zurückgekehrt? Das ist gar nicht gut. Alle Dorfbewohner lieben es, sie im Sommer im Brunnen beobachten zu können. Es wäre eine Schande, wenn die nicht zurückkommen würden. Ich habe die Enten dieses Jahr noch nicht gesehen. Aber in den vergangenen Jahren habe ich gemerkt, dass sie normalerweise eine Pause in Everwood-Fildern machen, bevor sie ins Dorf fliegen, um von den Besuchern-Bewohnern gegrüßt zu werden. Vielleicht kannst du mal in den Feldern nachschauen, ob du Hinweise finden kannst. Komm danach zurück. Aber ich habe da so einen Verdacht, wo die Enten sein könnten. Wir schauen trotzdem mal überall. Okay, das ging schnell. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich weiter hinten durchlaufen muss, aber okay. Dann flitzen wir mal schnell zurück zu Will. Oh. Natürlich. Das ist eine Entenfeder. Aber sie ist ölig. Das ist ganz und gar nicht gut. Die Enten müssen in Schwierigkeiten geraten sein. Hier. Nimm diese Feder und erzähle Felix von deiner üblen Entdeckung. Du findest ihn bestimmt irgendwo in Silverglade. Das ist aber ein Zaun. Überall die Oktober. Ich habe noch das. Das war's. Der Uni-Kerat ist einig. Ach, das ist ein kleiner. Der Uni-Kerat ist ein kleinerer. Aber es muss Eure-Kerat ist ein kleiner. Der Uni-Kerat ist ein kleinerer. Der Uni-Kerat ist ein kleinerer. Der Uni-Kerat ist ein kleinerer. Bind der Uni-Kerat ist ein kleinerer. Wie schrecklich, was es nun mit den armen Enten passiert. Ölig, sagst du? Was? Bohrt Herr Campbell in den Elbowentfelder nach Öl? Desaster! Du glaubst also, dass die ölige Feder beweisen, dass die Ölbohrer von Herrn Campbell etwas mit dem Verschwinden der Enten zu tun haben? Hm. Die Tierärztin hat das Öl untersucht. Okay, bring die Feder zu ihr und sie kann überprüfen, ob es sich um das Öl von Herrn Campbell handelt. Hallo, Saga. Natürlich kann ich das Öl von der Feder untersuchen. Wie schrecklich, Saga. Es stecken die Enten auf Herrn Campbells Ölfeldern fest. Wenn das der Fall ist, dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Du musst zum westlichen Teil der Erntefelder reiten und die Enten suchen. Ich bleibe hier und werde weitere Analysen vornehmen. Komm zurück, falls eine Ente in Not findest. Oh nein, da sitzt dein armes Entchen. Ente in Not findest du nicht auch da drin landest, mein kleiner Katzenfreund. Möchte dich nicht auch da rausfischen. So, wo haben wir denn noch weitere Entchen? Da sitzt noch ein kleines armes Entchen. Nein. So, zwei Entchen müssen wir noch retten. Da oben ist noch eins. Hier sind sogar noch beide. Oh nein, die armen, kleine Enten. Sie sind voll mit Öl. Es war sehr heldenhaft, von dir sie zu retten, Saga. Um die Enten reinigen zu können, brauchen wir eine Spezialseife. Wir könnten sonst ihre Federn zerstören. Ich habe leider so eine Seife nicht mehr und da würde es zu lange dauern, sie zu bestellen. Kannst du noch Fulgrove reiten und Felicity fragen, ob sie dir welche verkauft? Sie ist diejenige, die sie herstellt. Felicity leitet die Stelle in Fulgrove. Dann sehen wir uns da. Saga, schön dich hier in unserem Sof zu sehen. Oh, habt ihr ein paar ölgeschädigte Vögel gefunden? Das ist schrecklich. Natürlich kannst du die Spezialseife von mir kaufen. Ich bin Expertin darin, diese besonderen Seifen herzustellen. Hier hast du die Spezialseife für Tiere. Sie ist super für Enten. Sie werden danach wieder schneeweiß sein. Reite zurück zur Tierärztin, damit sie die armen Enten waschen kann. Danke, Saga. Das war wirklich schnell. Jetzt kann ich damit anfangen, die Enten von dem schrecklichen Öl zu befreien. Ich bin fast fertig. Es war sehr schwierig, eine gute Ölprobe von der Feder zu nehmen, da sich nur sehr wenig darauf befunden hat. Ich habe es aber hinbekommen, eine Probe zu nehmen, die zum Vergleich nutzt. Nimm diese Probe und reiche zu Karni beim Weingarten und frage ihn, ob du die Analyse-Maschine benutzen kannst. Wir treffen uns am Weingut. Bis gleich. Hallo, Saga. Wie geht's dir? Du, ein Level-A. Also, du willst also nochmal meine Analyse-Maschine benutzen? Leider benutze ich sie nicht so oft, wie ich anfangs dachte, als ich sie bekommen habe. Aber irgendjemand muss sie ja benutzen. Nimm deine Probe und starte die Analyse. Die Maschine ist auf dem Tisch hier. Hat es geklappt? Ja. Schau. Das ist ein klares Ergebnis. Es handelt sich um das gleiche Öl bei beiden Proben. Reiche zurück zu Felix in Silvergate Village und erzähle ihm, dass die Proben identisch sind. Ja, wirklich? Dann wissen wir jetzt, dass das Öl von Herrn Campbell für die Kontamination der Entenfelder verantwortlich war. Es ist ein Beweis für uns. Oh, Mann. Okay. Kann ich das im Quest-Lock machen? Nee. Bringe fünf saubere Enten zu Felix von Brunnen in Silvergate. Sie hat anscheinend keinen Quest-Text. Quest-Text. Wow. Sie sehen so schön aus. Und so sauber. Die armen Enten mit Öl verschmiert. Ich werde so sauer, wenn ich über diesen unverantwortlichen Campbell nachdenke, dass ich schreien will. Wie schön, dass die Akte mit den vermissten Enten endlich abgeschlossen ist. Jetzt müssen wir die Enten nur noch in den Brunnen setzen. Du, Saga, hast die Ehre, das zu tun, da du die Heldin des Tages bist. Nimm die Enten und setze sie eine nach der anderen in den Brunnen. Sie sind so süß, die kleinen Enten. Das ganze Dorf wird dir danken. Du hast tolle Arbeit geleistet. Diese Sommerattraktion ist gerettet. Danke, Saga. Gut, hier beende ich aber erstmal die Aufnahme mit den Enten. Und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ciao. Ciao.